Servus beieinander. Bei mir ist jetzt der Christian. Grüß dich, Christian. Grüß dich, Gott. Christian, wir suchen uns deine Traumfrau. Magst du erst einmal was von dir erzählen? Wo bist du denn her und wie alt bist? Ja, ich komme aus dem nördlichen Landkreis Straubing an der Grenze zur Oberpfalz. Ich bin 28 Jahre alt. Und was treibst du zu? Nein, ich tue mehr. Da fahren wir ein wenig umeinander bergeln, Sachen reparieren, Autos reparieren, mehr handwerklich. Bist du handwerklich begabt? Genau. Ist ja nie schlecht für einen Mann, oder? Nein, sicher nicht. Okay. Wie würdest du dich selber beschreiben, vom Charakter her? Ich bin mehr der Bodenständige, ich bin kein Discogänger nicht, ich bin mehr der ruhige Typ. Stilles Wasser. Genau. Aber stilles Wasser sind tief. Ja, genau. Genau. Jetzt ein bisschen was zu deiner Traumfrau. Wie stellst du dir das vor? Es sollte schlank sein, blondert gut, bodenständig, natürlich, macht er auch ganz gut. Also keine Stadt, ich sag jetzt mal, ist schon mehr so ein Land. Okay. Landtyp. Muss auch nicht immer geschminkt sein? Nein, auf keinen Fall muss nicht sein. Okay. Gibt es irgendwas, was du an einer Frau überhaupt nicht packen würdest? Hm. Wenn es vielleicht recht hysterisch ist oder sowas. Das steht so jetzt raus, würde ich sagen. Alles klar. Christian, es war schon wieder, war nicht schlimm, oder? Nein. Ist schon gegangen. Ist gegangen. Das war jetzt der Christian. Wenn ihr Interesse am Christian habt, dann meldet ihr euch bei ihm. Servus.